Guten Tag, auf Wiedersehen. Exercises Guten Tag, mein Freund. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Guten Abend, meine Freunde. Meine Tochter und deine Schwester. Der Mann und meine Brüder. Meine Eltern und deine Eltern. Deine Söhne und die Kinder. Eight, die Frau und das Kind. Nine, ein Junge und ein Mädchen. Ten, deine Frau und deine Freundinnen. die Frau und deine Frau und ihre Eltern. Vielen Dank.